Auf das Neujahr werden viele gute Vorsätze gefasst. Wir bei Coop können sie aber auch einhalten. Zwei Kilo Novels Orangen im Netz kostet morgen bei Coop nur 2,20. Und Schweizer Racklekäse am Block 100 Gramm nur 1,45. Eine 36-Packung Tampo-Papier-Nast-Tüchli gibt es für nur 5,20. Ausserdem offeriert ihnen Coop diese Bettwäschgarnitur aus Baumwolle in verschiedenen Dessins für nur 30 Franken. Also, von morgen wieder regelmässig zu Coop. Ist doch ein guter Vorsatz, oder?